Moin aus dem Wunderland. Heute zeigen wir euch in Monaco die wunderschöne Beleuchtung. Die ist mir nicht endlich fertig programmiert. Genauso wie die Knopfdrücker. Die funktionieren jetzt auch endlich und die zeigen wir euch jetzt mal. Und dafür machen wir das Licht mal dunkel. Die Beleuchtung von Monaco ist in verschiedenen Schichten aufgebaut. Wir haben hinten einmal diese wunderschöne Häuserbeleuchtung, die so mehr ins Warmweiße geht, damit es ein harmonisches Bild ergibt. Wir haben da ein paar Farbakzente aber trotzdem drin. Wir haben einmal eine Partyszene, die bunt leuchtet. Dann haben wir zwei Bausteingebäude, wo ein paar Schweißer drauf sind, wo man so ein bisschen das Licht flackern sieht, wie die Leute schweißen. Dann haben wir zum Beispiel noch den Fürstenpalast, wo in verschiedenen Farben an verschiedenen Tagen der bunt leuchtet. Wie zum Beispiel an St. Patrick's Day leuchtet er grün, an Weihnachten ein bisschen bunt. Und so können wir in die harmonische Beleuchtung noch ein paar Farbakzente setzen. Ein weiterer großer Farbakzent in Monaco ist unsere Formel-1-Rennstrecke. Da es in der Wirklichkeit keine Nachtrennen gibt, wir aber natürlich in unserer Nacht weiterhin fahren wollen, haben wir um die 100 Flutlichtstrahler mit jeweils vier LEDs an die Anlagenkante gestellt. Unser Boxengast ist beleuchtet, damit wir auch in der Nacht alles sehen können und auch unsere Kameras ein perfektes Bild einfangen können. Für die Flutlichtstrahler haben wir verschiedene Prototypen gebaut. Zum einen, um die Lichtfarbe und die Lichthelligkeit zu testen. Haben uns am Ende für ein neutral weißes Licht entschieden, um die Rennstrecke bestmöglich auszuleuchten, um liegende Gebäude aber nicht anzuleuchten. Im letzten Monaco-Update habt ihr gesehen, wie Steffi und Tino die Yachten gesetzt haben. Die bilden hier vorne an der Anlagenkante den Abschluss und nochmal einen zusätzlichen Kontrast mit ihren ganzen bunten LEDs und Partyszenen. Und die Leute, die die Formel 1 und das Rennen beobachten. Hinter mir haben wir Monte Carlo. Monte Carlo ist bekannt für die ganzen schönen und pompösen Gebäude, wie zum Beispiel das Casino, was sehr berühmt ist für Monaco, und das Hotel de Paris, was eine superschöne Außenbeleuchtung hat. Das geht in der Nacht stufenweise an und wird langsam hochgedimmt, die Außenfassade, und dadurch kommt es erst so richtig zur Geltung. Genauso haben wir das Café de Paris. Das hat auch wunderschöne Außenbeleuchtung mit sehr vielen Strahlern und steckbaren Lampen, die nachher auch ein wunderschönes Bild, ein schön warmweißes, harmonievolles Bild ergeben. Und so können wir noch zu der Formel 1-Strecke und zu der restlichen Anlage nochmal ein paar schöne große Gebäude mit einer richtig schönen Außenfassade und einer richtig schönen Außenbeleuchtung nochmal zeigen. Musik Musik Unser aufwendigstes Gebäude von der Beleuchtung her ist der Yacht Club. Den kann man so schön gerade hinter mir sehen. Der ist in verschiedenen Ebenen, in vier Stück, beleuchtet mit um die 5000 LEDs, und Joris hat dafür fast ein halbes Jahr gebraucht. Musik 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 Mit der Beleuchtung sind wir fertig, außer zwei, drei Yachten, die müssen wir noch anschließen, aber ansonsten sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis und auch stolz darauf, was daraus geworden ist. Musik Und da es jetzt auch schon fast 8 Uhr ist, müsste es gleich hell werden, damit wir euch die Knopfdrücker zeigen können. Musik Ich sagte, es müsste gleich hell werden. Musik Ah, im Monaco liegt das Hauptaugenwerk natürlich auf der Formel 1, deshalb sind unsere Knopfdrücker hier etwas außerhalb gelegen. Musik Moritz hat beispielsweise hier im Zoo ein Nilpferd gebaut, das sein Maul auf und zu macht. Henning hat Baustellenkräne gebaut, die sich drehen. Und Stefan hat hier am Vorplatz vom Fürstenpalast ein Segwayrennen gebaut. Und Nina kann das Ganze jetzt gerne mal vor euch starten. Ich mache dir mal als erstes das Nilpferd an. Musik 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 Der nächste Haltjahneranlagen-Kanal ist der Kabel. Die Kante vor der Formel 1 ist unser Ozeaneum. Das ist das Meereskundemuseum von Monaco. Sobald ihr auf den Knopf drückt, öffnet sich die Häuserfassade. Und ihr könnt einen Blick da reinwerfen. Dort könnt ihr viele interessante Dinge aus der Neueswelt entdecken. Unter anderem Walskelette, aber auch Aquarien, die wir beleuchtet haben, die sich bewegen. Und Nina kann euch das Ganze gerne einmal zeigen. Und los geht's! Musik Jetzt haben wir noch ein paar Restarbeiten zu tun, wie zum Beispiel einzelne Yachten anschließen und noch ein bisschen den Feinstiften der Beleuchtung. So hattet ihr aber schon mal einen guten Einblick in die Beleuchtung und in die Knopfdrücker. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Knopfdrücker ihr am besten findet. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Das war's.